Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eisbaden Tag 3! Let's go! Wow! 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 Ich hab die Frage bekommen, warum ich das Ganze hier mache. Drei Gründe. Selbstdisziplin. Wenn man jeden Tag was richtig bescheuertes macht, fallen die anderen Dinge plötzlich wieder leichter. Generelle Gesundheit. Regeneration nach dem Sport. Also ich mache momentan sehr viel Sport. Und vieler Grund. Selbstgeisselung. Wow! Das ist wirklich kalt! Aber ich hab das Gefühl, heute kann ich es schon besser aushaben. Es wird besser, glaube ich. Ah! Bewegen tut richtig weh! Wow! Bewegen tut richtig weh! Wow! Sieht man, bevor ich drin war vielleicht? Oh! 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 ... ...